Lass mal los. Achio, nein! Achio will mich unbedingt! Jeder sieht! Schaut hin! Das ist wie so ein Wartofffilm an der Kreissäge. Abelhow. Ich bin Fluffy, Romer, Achio, ich. Los geht's. Hallo! 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 Ich bin wahrscheinlich zu laut. Ich hab keine Ahnung. Festhalten! Fluffy! Nein! Fluffy! 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 Fluffy, will gar nicht mehr. Okay, warte. Fluffy! Okay, warte, warte, warte. Achio, hält sich fest! Achio, hält sich fest! Okay, warte, jetzt komm ich mit der... Ja. Tja, warte! Oh, Achio! Achio, das ist ein Gesicht, Leute! Achio, das ist ein Gesicht, Leute! Achio, das ist ein Gesicht, Leute! Achio, das kriegst ganz schön ab, ey! Achio, festhalten! Achio! Ich hab mich für Prügel. Nein, Achio, wir werden... Nein, 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 Achio! Achio, das ist ein Gott. Ja, unsere Ohren? Wenn dich aber jemand fragt, du bist gegen die Tür gelaufen... Achio, bist du denn los? Achio, bist du denn los? Achio, bist du denn? Achio, bist du los? Ich hab uns... Alter, was geht denn? Okay, okay! Okay, okay! Okay! Das war nicht Achios... Das war nicht Achio zu verdanken. Achios. Ne, ne! Ich schnapp mir die Münze. Einer von den blauen! Ich halt mich. Also schnapp du dir die Münze jetzt. Warte noch mal. Du mal, du Spongo. Jetzt? Jetzt, ja. Ah, ich hab sie. Okay, okay, Akio, du kannst loslassen. Akio, lass los. Oh, stopp, 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 Leute. Oh, Moment, Moment, Moment. Drückt alle nach oben, und dann lasst los. Oh Gott! Nicht an der Münze festhalten, nicht an der Münze festhalten! Nein, ich halt mich nicht fest, ich halt mich nicht fest! Das kriegen wir hin, ich rutsch langsam runter. Okay, ich hab's. Ich drück nach oben, alle nach oben drücken, ja? Ja? Ja. Okay. Wollen wir da waschen? Okay, stopp, warte. Immer noch alle nach oben drücken. Fluffy muss loslassen. Die Musik dazu. Okay, okay, Fluffy lass los. Nicht nach oben drücken. Oh, Vorsicht, nicht zu stören, nicht zu stören. Ich hab die Eidechse. Was? Was auch immer dir versprochen wurde, halt dich nicht an der Eidechse fest. Nein, 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 nein. Ich hab euch, ich hab euch. Alter. Das ist eine schwere Geburt, ey. Die scheiße Münzen, warum tun wir das? Warum tun wir uns das an? Achio. Warum? Hat die nur meine reinkommen. Achio, warum? Achio, verpasst die eine. Roma, Roma, die verstehe nicht. Ich hab nur bestellt zwei Melonen. Roma, Roma, Roma. 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 Hauptsache, Hauptteil Aki geht's gut. Hauptsache, die schlagen sich da hinten. Alter, guck dir das mal an, wie die sich lagen. Roma, ich bin so kurz davor, mit dir die Münze zu holen. Ja, fang die Münze! Nein, nein, komm, lad, wieder runterfallen, Jungs. Fluffy, nimm die Münze. Aki, lass los. Was macht ihr? Ich bin jetzt hier. Jetzt haben wir es tatsächlich, irgendwie haben wir es geschafft. Roma, lass los. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alle nach oben drücken. Alle nach oben drücken. Okay, mindestens 15 Leute haben sich grad... Alter, du Free Climber. Ihr müsst beide an die graue Wand. Ja, okay. Roma, du musst Flo festhalten da dran. Jawoll. Und jetzt müsst ihr das gleiche nachmachen, was wir gemacht haben. Genau. Okay, Flo, du musst ein bisschen loslassen. Flo, nur ein bisschen. Immer nur ein bisschen. Roma! Schau mich mal an! Du, kannst du von links aus rankommen? Warte. Danke. Danke, Akyo. Uh, Jess. Nein, die Münze. Akyo, nein. Akyo, nein, nach oben. Mach oben, mach oben, Akyo, nach oben. Lass mal los. Akyo, nein. Akyo will mich unbedingt, jeder sieht, schaut hin. Das ist jetzt wie so ein Wartofffilm, so an der Kreissegel. Akyo, 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 ich will Akyo. Witzer. Alter, schaut ihn... Akyo? Ich dachte, ich schaff's nicht da rüber zu werfen und dann nach dem nächsten zu nehmen. Das sind wir wieder. Wir müssen da alleine durch. Nein. Ja, nie, bis dahin, ja. Und da müssen wir uns überlegen, was wir mit der Münze machen. Das kriegen wir hin. Zu zweit geht's nämlich mit der Münze dazwischen. Okay, dann geh ich in Akyo. Wow. Hey, lahmärsche, macht mal. Können wir bitte mal kurz unter uns sein? Bitte nicht, 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 haut auf! Und ihr müsst jetzt ganz, ganz smooth um die Ecke boinzen. Wow. Geh ihr und die Münze, weil ich kann nicht mehr. Das ist Belastung, will? Ja. Jetzt haben sie doch die... Danke, ich hab, ich hab Akyo im Gesicht. Warte mal, wenn Roma da hinten wartet einzeln, dann kann er doch die Münze nehmen. Roma, nicht ins Ziel. Du kriegst jetzt die Münze als Wartender. Das ist gut. Okay, stopf. Nein, 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 nein! Lass die Münze los. Nein, nein, lass nicht die Münze los. Warte, 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 warte. Du musst sie doch nur nehmen, damit du damit um die Ecke kannst. Akyo, komm mit der Münze. Warum tötet ihr euch eigentlich alle? Bleibt doch mal so stehen. Ich wirf euch die Münze zu. Lass mich los. Ich kann nicht. Das tut mir weh! Siehst du wie ich weine? Ich lass die Münze jetzt, ist mir egal. Willst du mich verarschen, Dom? Du hast mich umgebracht. Nein, schau mal, schau mal, hallo. Guck, 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 guck. Ihr müsst das Fluffy geben unter mir die Münze, und dann kommt ihr alle drüber. Wir können wieder eine Kette bilden. Lass die richtige Hand. Ich muss nur gucken, ob es richtige Hand ist. Lass mich kurz überlegen. Lass die Flümpfe los. Wer hat die Münze losgelassen? Warte, stopp. Nach oben, nach oben. In eins. Nein! Wir werden aus dem Level nie rauskommen mit Münzen. Wir brauchen diese Münze. Einmal noch. Nein, nein. Wir lassen das jetzt. So. Jetzt könnt ihr auch die Münze mitnehmen. Jetzt könnt ihr aber auch die Münze holen. Warte, ich gebe ihnen jetzt die Münze. Warte, ich lass dich los. Warte, wir müssen das anders machen. Wie das aussieht. Alter, das ist häusliche Gewalt. Lass das mal so. Lass die Münze los. Wie das zum häuslosen wird. Ich weine selber. Das geht mir auch weh. Ich gib sie von oben. Akio, doch ein... Der braucht mir zu schlagen. Es muss machen. Fluffy, gib ihm die Münze. Achio, du hättest noch einen halben Meter. Es reicht jetzt. Ja, Akio. Schau, Fluffy weint. Ist das, was ihr wollt? Ja, echt ey. Ja, super. Theatralisch. Ich wusste es. Ich schwöre dir. Wer auch immer da ist. Nimm die Münze. Ich sterbe. Nein, 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 nein. Akio, du hast das noch 20 Sekunden. Alter. Was passiert hier? Ja, ich... Haben wir schon, Akio. Ich bin hier. Ihr habt sogar die Hilfsglieder. Roma, lass mich los. Okay, das geht auch. Lass los, los. Oh Gott. So, Akio, ganz ruhig, ganz ruhig. Genau. Jetzt zieh dich nach oben. Um die Ecke schon. Weiter um die Ecke. Und das beim anderen nur sanftlos. Nicht schwingen. Akio, du sollst nicht fappen. Okay, stopp. Langsam, langsam nicht. Den anderen Arm lässt du jetzt langsam. Mein Gott, Akio, hör mal zu vorher. Ich hab nur losgelassen oben. Da kommt der Rettungsfleisch. Was auch immer das heißt. Nöööööööö. Doch, doch. Das ist gut, das ist gut, das ist gut Jetzt immer nach oben. Das ist zu winkelig. Ja, jetzt gehts, jetzt. Zieh dich rüber. Alles gut. Hoicht zu lachen wenn wir jetzt noch runterfällig? Nein. Gut. Alles gut. Kommt zu unserem sexy Stuhl. Halleluja war das eine Schwertigkeit. Ich wollte nie wieder Münzen, ich sag's euch. Scheiß auf Münzen. Ich glaub wir brauchen die Münze. Äh, was? Hä? Nein. Oh nein. Na, warte mal. Komm noch mal rein, Akio. Komm noch mal rein. Komm noch mal rein. Akio, komm noch mal rein. Komm noch mal bitte rein. Warte, warte. Stopp. Ah, okay. 8 Minuten, Alter. Kannst du keinen Menschen sagen, ey. Ciao. 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 Fangt ihr auf. Bildet ein Fangnetz. Jetzt. Drum, drum, drum jetzt. Jetzt hast du. Ich finde es interessant, wie wir zweier Teams instant gebildet haben. Ja, nach der Misere mit den Dings hat sich alles geändert. Wow, hab ich getan. Nein, 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 nein. Niemand hat was getan. Wir sind alle daran schuld, was gerade passiert. Es gibt keine Unschuldigen in diesem Spiel. Oh, Alter. Da braucht man die Viererkette. Oh nein. Ja, super, super. Ruman, lass los. Stopp. Ruman, lass los. Nein, nein, nein. Was macht ihr denn? Du hast gesagt, ruman, lass los. Ruman, du, Akio. Einfach loslassen. Aber wir müssen die anderen, wenn wir die anderen ins Hut kommen. Ja, wir müssen die anderen eh holen. Warte, komm. Warum ist das bei euch eigentlich immer so was sexuelles gleich? Was? Ruman und ich arbeiten hier ganz normal. Rumbieren hier. Rumbieren hier. Rumbieren hier ein bisschen rum, ja? Ruffi. Ja. Warte, na. Ja, zwar wichtig. Akio, loslassen. Wir haben uns gegenseitig. Au, sorry. Nee, nee. Akio, das war gut, das war gut. Ich lass jetzt los, okay? Ja, alle nach oben. Ich auch. Okay, oder so? Nein, Akio. Sehr gut, sehr gut. Okay, Akio, du lässt los. Ja, fast, fast, fast. Nee, nee. Soweit kommt's noch, dass hier Tippseil kommt. Drei Minuten, das war besser als die 18 Minuten, war die Art. Okay, jetzt. Oh, sehr gut. Na, dann. Jetzt musst du noch mit. Nein, Roma, nein. Jetzt. Perfekt. Halt dich an ihren Zehen fest. Perfekt. Okay, warte. Schwingen, glaub ich, nach oben irgendwie? Ja, oh, alle hoch. Achso, alle hoch. Also, okay. Okay. Okay, jetzt. Okay. Fluffy. Jawoll. Okay, warte. Oh, nein! Ich hör das. Ich hör das. Ich hör das. Ich hör das. Nein, nein. Ich lass ihn nicht los. Bro. Oh, sehr gut, Akio. Geil. Okay. Und loslassen. Oh, sehr gut. Sag mal, was ist denn heute los? Roma, hab mich fest sicher, zwar? Okay, das war die falsche Frage. Warte! Okay, ich hab's. Okay. Nein, 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 nein! Aua, aber sehr gut gerettet. Akio, jetzt geh nochmal nach oben. Ich glaube, Akio, drück mal ein bisschen nach oben, damit Akio über die Dings kann damit du ein bisschen Licht sehen. Lass mal hier reingehen. Achso, ich dachte, alles gut, ich dachte, das ist ein Schatten von den anderen Stacheln. Nein! Alter! What the fuck, was war das? Nein, 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 nein. Hängen lassen. Hängen lassen. Hängen lassen. Hängen lassen. So, und jetzt drücken wir einfach nur straight nach oben. Oh, sieht das eklig aus. Das ist schön. So, wartet, 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 wartet. Ruhig. Ich hab euch. Weiter nach oben jetzt. Alles gut, alles gut. So, und jetzt wieder langsam nach oben. Loslassen aber. Nach oben. Jetzt alle nach oben. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Ja, das wird aber schon gehen. Alright, jetzt hat er mal sehr gut. Hör mal. Vorsicht. Hör mal. Alle Knochen gebrochen. Zieht Fluffy zu. Hör. Fluffy will jetzt nicht Fluffy verlieren. Ja, jetzt fahren wir mal sauber. Uhuh. Eie. Ah, das war wahrscheinlich ein Speedrun oder sowas. Djungelino. Ach, geht's schon. Zornino. Wann ist denn los? Ach, tschau. Was ist denn los? Komm, Fluffy, komm. Du auch. Ach, lass mich los. Hast du mich gerade geschlagen? Pass auf, Roma schmeißt einen runter. Fluffy gut, dass du's gemerkt hast. Ich will nicht nach außen, erst mal das Münzding holen. Ach der will die Münze holen, wir holen die Münze. Schwingt ihr wieder hoch? Kann ich Flo jetzt mitnehmen? Ja, aber wir wollen erstmal die Münze und dann Flo. Wir wollen wieder hoch. Wir haben Flo mit. Definitiv ja. Entschuldigung, ich hab keinen Krampf. Eine Liane. Warte mal, ich will ein bisschen... Oh Gott. Ich wollte eigentlich sagen... Und dann greifen wir. Und nochmal. Und nochmal. Wenn wir jetzt die Arme noch verlagern... Au, das Gesicht. Ja, ja, Akio, Akio. Warte, warte, warte. Wir haben Akio getötet. Jetzt hab ich die, du kannst loslassen. Einfach loslassen. Jetzt. Wir haben uns verlängert. Alles gut. Greif. Jawoll. Flo, lass los. Oh Gott. Warte, warte, warte. Oh nein. Ich glaub ich spinn, ich glaub ich spinn. Danke, Ironie. Ich werde euch das holen. Komm, komm, da hoch, da hoch. Roma, du musst doch los. Nein, ich komm wieder. Ich brauche einen Akio. Roma, ich versuch. Wer? Ich hab... Warte, 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 warte. Alles gut. Hand hoch, Hand hoch, Hand hoch, Hand hoch. Ja. Der kommt. Nimm doch meine Hand und nicht mein Gesicht. Bisschen, ein bisschen leicht verlagert und... Ja. Ihr habt euch, ihr habt euch. Sorry. Nein, 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 nein. Ja. Flo, du musst uns im richtigen Moment loslassen. Oh ja. Das ist wirklich zu fein. Jetzt Flo. Nein. Ich hab auf dich gehört. Wahnsinn. Oh nein. Oh nein. Dann müssen wir jetzt besser. Also nicht, das war zu weit weg. Okay. Okay, okay. Okay, sehr gut, sehr gut. Los geht's. Ganz leicht so. Oh. Uh. Okay, warte, warte, ich bin... Nicht los. Links oder rechts? Du mal halt mich ganz, bitte. Halt mich fest. Warte. Okay. Warte, 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 warte. Ja. Ich hab... Ach, ich war noch nicht fertig. Aber es ist cool. Das war Glück. Oh ja. Das war eine sehr gute Runde. Wuuuh. Alter, nicht schlecht. So, Moment. Lass mal mich ganz los. Ist das nicht los? Lass mal los und greif nochmal. Lass mal los und greif nochmal. Seht ihr das? Ja, ja, ja. Fluffy hat mich. Alles gut, alles gut. Okay, irgendjemand muss... Irgendjemand muss... Irgendjemand muss meine Achse loslassen. Warte, nein. Nimm die mal. Grün, grün, grün. Nimm die grün, 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 grün. Oder... Oh, okay. Jetzt ziehen wir dann. Zieht jemand an der Scheiße. Ja, ich hab grün gezogen. Was ist das jetzt? Was... Was passiert jetzt? Wir haben gewonnen. Was? Minigame. Was? Make sure... Wir sollen in die White Area, oder wie? Wenn die Zeit abläuft. Ja, dann rüber, Jungs und Mädels. So, das schafft ihr. Akio. Ich... Wie ich es... Wie ich es... Wusste. Akio, du schaffst das. Du musst jetzt nur nach rechts. Genau! Alter! Äh, was? Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Achso, das nächste. Das schaffen wir niemals. Akio, du als Erster. Okay. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Okay, okay. Nimm ihn! Nimm ihn! Okay, okay. Ich hab ihn hoch! Und alle da rein! Und rein, rein! Ja! Ja, aber das... Das war okay. Das war aber... Das war sehr gut, ey. Das muss das sein. Wir haben gefailt hart, aber trotzdem süß. Stoppen! Festhalten! Festhalten! Akio, lass die Münze fallen. Bei allem was dir gnädiges. Bitte, scheiß auf die Münze. Geld ist nicht alles. Freundschaft ist das Richtige. Blau, blau oder grün oder irgendjemand von euch. Gib sie mir auf die andere. Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Okay. Akio, lass los, Akio, lass los. Ach, sehr gut. Okay, gut, gut, Akio. Nee, du musst es tiefer packen. Du musst es tiefer packen, weil wir müssen hoch. Jetzt! Jo! Alter, Akio. Was muss ich drücken? Ich hab hoch. Rechts, rechts, rechts. Okay, das war nicht so schön wie gedacht, aber... Okay, das ist... Also... Okay, wir haben... We got ourselves a knoll. Au! Könnt ihr mal nach oben drücken? Alle? Beim Zurückspringen? Ja. Wir müssen oben drücken. Jawoll. Warte. Oh mein Gott, sind wir noch mehr Knäuel als vorher? Lass uns richtig schwingen, dass wir einmal im Kreis schaffen. Au! Das ist gar nicht so richtig. Ja, das war gut, das war gut. Wir müssen in die andere Kreisrichtung. So. Ja, ja, jetzt. Warte, ich hab, ich hab... Was ist da los? Ich schick's nicht. Warte mal. Lass die Münze... Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Alles gut. Perfekt. Alles gut. Na ja. Doch, doch, wir kriegen das hin. Soll ich loslassen? Ja! Nein! Warte, warte. Nein, nicht jetzt! Oh nein, wir sind wieder... Oh nein, es hat wieder angefangen. Nein, nein, wir sind länger geworden. Jetzt passt's. Oh, wir sind echt länger geworden. Perfekt. Oh nein. Warte, ich komm, ich komm. Alles gut, alles gut. Ich hab keine Ahnung, was da passiert. Das ist erledigt. What? Halt die fest! Komm, lass uns eine Liane bilden. Ja! Okay. Äh, Fluffy, du hast mich, ja? Okay, Fluffy. Äh, okay. Flo, lass los. Was? Was? Warte, warte, wir müssen zu dritt erstmal drüber. Warte, warte, warte. Aber ich hab's nicht. Bleibt sich beide mit der Münze. Ich lass dich gleich los. Lass uns mal einen Knoll machen und dann rüberspringen. Das schaffen wir. Komm her, Flo. Komm. Hast du mich her gedacht? Komm her, Flo. Warte, nochmal schwingen. Okay, wir schaffen. Oh Gott. Okay. So. Okay, jetzt. Akio, lass mich richtig loslassen. Oh Gott. Ja! Ja! Oh Gott! Ich weiß nicht, wer wen hält. Ich weiß auch nicht. Akio, niemand hält. Hält. Warte, ich hab's. Ja, okay. Ja! Ja! Wie gut das ist. Alter, war das gut. Alter. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir würden sehr gerne weitermachen. Macht sehr viel Spaß. Ja, macht es gut. Dankeschön, ihr drei. Dankeschön für die Zuschauer. Tschüss. Warum habe ich so viel Blut im Gesicht? Ich kann nicht mehr atmen. Ich sólo habe capturiert wird eine Schlüssel-Sage. Und jetzt mache ich das Bäップ auf solle Ben.